Alter, was stimmt mit ihm nicht? Der hängt ja wieder da oben. Ja, komm, Alter, die Schnauze, du Assi, spielt! Nein, ich hab den Taskbar gar nicht angenommen, ich idiot. Boah, bin ich dumm. Ja, flieg mal noch mal zurück, Wach. Ich flieg noch mal schnell zurück, du kannst hierbleiben. Oder mitkommen, wie du willst. Bleib gleich, wenn du schwitzt. Nein, geht nicht. Pass auf nicht, dass er dich totkommt. Ja, ja. Zack, tot. Ja. Hat's geklappt, Koks? Wir schleichen uns heute von der anderen Seite ranbleiben. Da müssen wir hoffentlich nicht über so viele bescheuerte Brücken. Ja. Das war ja ein gutes Kommando dort, Alter. Guckst du, ist wieder weg? Ja. Ja, nee, macht nichts. Ich spiel auf meinen Server dann. Ja. Ja. Guck mal hin, hoch gleich. Ja, ich glaube nicht. Oh, du? Äh. Ja. 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 Doch. Doch. Oh, ja. Oh, wir müssen schleichen. Ich hoffe mal, von der Seite ist es besser als da. Von einer Brücke zur anderen. Und das waren ja Nachelöhren des Todes, Alter. Ja, und da waren doch überall vor. Ja. This is Raven, arriving shortly near your position. ETA 30 seconds. Wieso hab ich denn jetzt schon wieder nur 80er PS hier, Alter? Ich hier auch. Ach, ich glaube, das ist das Drex Hotel, wo ich, wo da Gefangene drin saß. Mhm. Der tot war. Ja, genau, da hinten. Da sind die Idioten hier an uns vorbeigerannt. Ich dachte, ihr wart's. Das war auch noch so eine Mission, wo ich so das Ding, also Kunden verwenden muss. Aber wo? Wo war das hier? Im Norden in so Ferien, Dings. Das ist doch das Ding, ja. Oder? Im Norden in Ferien, Alter? Ja, so ein ziemlich Anfangsmission. Ja, wie heißt die Mission? Ah, nein, nee. Das Anfangsmission hast du hier nicht, aber das ist ja schon. Deswegen geht das totes hier. Da hast du keine Anfangsmission. Mal gucken, wie das hieß hier. War das Debrave? Achso, ja, das ist auf der Shooting Range. Da musst du einen finden, ja, der totes. Auf der Shooting Range. Ah, okay. Ja, gut. Ach, das ist der hinten, der da an dem Fall hängt. Mhm. Oh, hier kommt der läuft einer. Nein. Da passiert einer. Das ist sicherer Schuss in den Kopf. Da läuft immer weiter unter dem Blatt rum, alter der Trotter. Ich muss jetzt diesen Flughafen anwählen, der mich abholen soll und dann von da einen callen machen. Okay. Oh, du musst einfach kurz zu dem Flughafen und dann gehst du auch auf deine Basis. Also du musst die Basis anwählen, weil, also die blaue Basis oben, wo du hin bist. Ja. Ich habe die große Map aufgemacht. Mein Wegzeichen oder Wegmarker ist bei paar lang. Du kannst ihn neu setzen. Du klickst auf den Quadranten der Landezone. Ja, aber da steht Call Transport dorthin. Ich kann da kein Markzeichen machen. Da steht nur Call Transport. Nicht direkt auf der Landezone. Du musst ein paar Millimeter daneben. Ach so, okay. Wegpoint. Und jetzt klick ich auf meinen blauen, riechst du, ne? Und rufen Helikopter. Genau. Wenn man bei der Wichser sagt, alle in der Luft. Du hast bloß vier Helikopter. Du musst aufpassen, wenn einer den Rand der Map verlässt, dann kannst du es dann rufen. Dann ist der nächste Sitzung bereit. Okay. Aber ich bin bei euch. Okay, cool. Da wächst auch ne Mosing hier. Boah, der hat mich getroffen, alter. Was? Ich bin tot. Ach, hör doch auf. Was? Ich mach jetzt aus. Ich hab neben Koma bin ich. Warum? Ich schlag hinten hinter der Wand. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich hab hinter uns schlussiert. Ich schlag. Nee, nee. Von hinten war ich hier noch. Von vorne. Ja rennt doch einer. Das bin ich. Bei dem scheiß Turm. Nee, von hinten schießt noch einer, alter. Wo bist du verweckt jetzt? Rechts an der Kante. Neben dir im Wald irgendwo tauchen. Nicht weit von dir weg. Ach, ich hab dich. Wißt du das? Ja, hier rechelt's da rum. Ja, ich guck in deinen Lauf. Geil. Warum nicht, wie die dich sehen wollen, besser? Du bewegst dich nicht. Na, da war hinter dir. Da hat ich gesehen. Na, wie kommen die da hinter mich? Ich hab ne Ahnung. Da ist offen noch. Da ist doch dieses... Dieses Ferienhaus. Tot, ja. Ja. Was, tot? Ach, das spielt jetzt dumm, alter. Hä? Ich krieg dich doch grad hier zusammen, alter. Wie kannst du... Ja, ja. Das ist doch dumm, alter. Das Spiel ist einfach dumm. Also manche Mechaniken hier, ich weiß es nicht. Ach, die haben doch ne Macke. Die können dich doch nicht sterben lassen, wenn ich dich hier zusammenflicke, alter. Das ist doch Schwachsinn. Jetzt bist du tot und mein Survival-Ding ist weg, alter. Jetzt holen wir doch ein Heli. Ach, das ist übel, alter. Wer brächtet denn hier rum? Hotel 3 war das da, ja. Das war ich. Das muss mich heilen. Okay. Hotel 3, ja. Genau. Er kriegt ne M4 keine AR-Munition doch, ne? Ach, was meinst du? Ich kann meine M4 nicht nachladen, aber ich hab doch voll viel AR-Munition mit. 545 mal 45, ja? Ja, ja. 545. Hm. Hm. Was, 545? Nee, 5-5-6 brauchst du doch. Ne M4. Echt? Ja, ja. 5-5-6 ist das genau. Das andere ist AK. Hm. Die Klinge. Ach, du Scheiße. Nee, warte mal. Ich hab 5,56 mal 45 Millimeter. Aber ich kann die nicht draufballern. Was ist das denn? Nein. Oder? Jetzt? Ja, jetzt ging's. Was war das denn jetzt? Hm. Ich würde mal vorschleichen. Aber man. Jetzt dreht er sich lieber nicht, wenn er liegt. Hä? Was macht er denn, alter? Er soll kriechen, alter kriechen. Der hat doch ne Macke. Oh, ich hab hier in der Mitte ist noch ne Treppe. Du kannst hier bis zur mittleren Treppe vorarbeiten. Warte, knall mich nicht ab jetzt, wenn ich hier die Treppe rube. Nee, nee, nee. Ich wisse, ich wisse, ich wisse. Ist gut. Mensch, warum kommt denn das Arsch doch hier nicht hoch? Ach, das geht mir ein Zentralber. Nein, das ist ein leisen Auto. Hab ich ihn erlegt. Okay, geil. Ich bin im Koma, das gibt's ja nicht. Das ist nicht gut. Alleine kommst du da ja nicht wieder raus. Krieger ist jung gerade. Ach, Sack. Egal, ich mache dann keine Pause. Jungs, wir hören uns später. Jo, jo. Mach's gut. Viel Spaß und hab mich gefreut. Das war gut. Na klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. 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 was sind das habe ihn okay das ist noch einer Minus nice hier liegt mein Bestes an der Wand ach her damit so jetzt können wir doch mal rennen da hat er so ihr seid da vorne okay Mr. Moxiflox oh die Karte habe wieder gecheckt wo ich bin aber jetzt du bist noch in die falsche Richtung unterwegs ja ich versuche das nur abzuahmen damit er so kein Problem macht auch bis jetzt toi 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 hier kommt man viel viel besser rein Predator ist eingeladen wie eingeladen ja mit dem hat er mit dem hat er ich hoffe dass da uns keine böse Überraschung lauert ja jetzt haben wir hier wieder so ein Nadelöhr die Rampe da werden schon die Arschlöcher wieder warten das das sind 100 Meter die wir noch frei kämpfen müssen warte mal was ist denn das hier ich frage mich dennoch wie ein Spieler das alleine bewerkstelligen soll ok wir können hier zur Seite rein wir müssen nicht die Rampe lang ok oder ich weiß es nicht kommen wir dann da hoch in die Lobby ich denke schon ja darf ich sagen ich hoffe es wir probieren es erstmal zurück gehen können wir immer noch irgendwen reden haben reden 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 seh hab die und 有一 die 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 Ja, jetzt hat's dran gut, geht's doch noch nicht mal, Alter. Oh. Hast du's? Ja. Nice. Na gut. Ich wog mal schnell zur Tür hin. Okay, ich bin in einem Hotel drinnen. Hier ist ne Treppe. Wir könnten hier wahrscheinlich zur Lobby hochlaufen. Ich hoffe, dass wir nicht hier irgendeine Schlüssel brauchen. Hm. Wer läuft da mal? Läuft da mal Treppen hoch? Also. Aber oben stimmt ja. Boah, da haben wir gar nicht. Oh, ich hab's. Ich bin noch. Dumm gleich. Boah. Ich hab ihn eingeklagen. Übelst du also. Boah. 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 Was ist denn der? Ja, drin im Haus sind auf jeden, auf jeden, äh, welche. Ich hab' eine Granate mit, hab' man schon mal ihn geschmeißen. Nein, mach lieber nicht. Das muss auch so. Ja. Ja, bin tot. Nein! Nein. Richtig tot. Ja, ich komme. Oh, shit. Ich hau' dein Zeug mal raus. Nee, alles gut. Lass, lass, lass drin. Naja. Ja, ein bisschen her, ist aber weiter Weg, ja? Ach. Wenn ich's raushau', liegt's da. Ja, gut, dann raus, raus. Ich hab' keinen gesehen, Alter. Ohne Witz. Glaub ich dir. Und pass auf, Mats, im Haus sind mindestens noch viere, ne? Okay. Okay. Aber dann scheustet ihr alle zu, äh, ne? Ja, also. Die Granate nur um äußerst Notfall. Okay. Alter, was stimmt mit ihm nicht? Nee, das ist was alles. Den hab' ich zusammengefackelt wie vom anderen Stern, aber er will einfach nicht umfallen. Okay. Na klar. Ist klar, Alter. Halt doch die Schnauze, komm, hör doch auf zu spinnen, Alter. Hau' dein Zeug. So, warte mal. Ich bin noch im Koma. Wieso macht er ja nicht weiter? Wie weiter? Na, weiterbehandeln. Irgendwas konnte ich machen. Naja, dann nimm doch mal das Survival-Kit in die Hand. Ich hab' das doch hier. Wo hier? Ja. Wo hast du's denn? Muss das in den Taschen oder in den Rig? Ja, nicht im Rucksack. Oh. Da ist der Wetter. Geil. Der blöde Hund ist noch da. Da ist er Wetter, der meiste. Geil. Ah, der idioten Kind sieht's auch nicht. Geil. Das weh. Dic-Tac. Dann geht's los. Geil. 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 Geil weiter. Wo ist denn der? Was ist denn das so pixelig? Wo spiel ich Minecraft oder was? Na klar! Flieg noch höher, Alter, du Idiot. Bist du das hier vorne? Ja. Ja, ich bin hier rechts von dir. Komm, Alter, hör doch auf zu spinnen. Ich lösche dieses Scheißspiel gleich, Alter. Da schwebt ihr schon mal noch rum. Ich gebe ihnen schon mal ein komplettes Magazin rein, Junge. Ja, 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 ja. Oh, meine Waffe, siehst du? Kork, ist es wieder da eigentlich? Ja, ich bin gleich da. Okay, cool. Ich hau jetzt in die Granate rein, das reicht es mir. Verreckt der Hurensohn mal. Jetzt ist er wieder weg. Einen hab ich, okay. Oh, ich bin mir jetzt nur noch zwei, Alter. Einen hab ich. Da hängt er wieder da oben. Ja, komm, Alter, die Schnauze, du Assi-Spiel, du verfickte Scheiße. Mh! 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 Mh!